Oh mein Gott, wo sind wir? Wir leben ja noch! Ihr habt noch nicht genug? Ihr seid ja krasse Knaben! Er schlägt mir aufs Butterbrot! Ist das der Geist von Luke Miller? Oh mein Gott! Und wir haben nur noch 1 HP, wir müssen uns schnell heilen. Aber schnell nix. So, Max Nüsse. So. So, okay. Jetzt kann der Kampf losgehen. Oh mein Gott, wow! So, jetzt schauen wir mal, was wir alles angreifen können. Ich glaube, wir können beide Hände angreifen. Ja, genau. Dann machen wir die zuerst kaputt. Shit, okay, dann erfüllt sie auf. Okay, sie haben eh noch nichts verloren. Wie steht's mit Feuer? Okay, ja, das sind viele. So. So, eine Hand ist tot. Dann erfüllt sie auf, das war's ja, okay. Andere Hand. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Scheiße. Oh mein Gott, hat so viel abgezogen. Shit. Okay, nein. Mit Feuer greifen wir lieber die andere Hand an. Und Luigi heilt sich dann selbst. Nein! Feuer füllt die andere Hand auf, das gibt's doch nicht. Mist, ich hätte mich heilen sollen. Oh nein! Scheiß Dreck. Okay, ich heil mich lieber. Ähm, mit Ultra-Pilz. Boah, shit. Was passiert? Okay, sie verstärkt ihn halt. Okay, Feuer war das jetzt. So. So. Gut, die Hände sind tot und jetzt können wir endlich den Kopf angreifen. Geht das? Wartet mal. Ja! Geht doch. Und sie regeneriert sich, okay. Hier machen wir mal Schwung, Brüder, an dieser Stelle. Rekanitem. Item bei sich, okay. Scheiße. Ja. Und jetzt können wir endlich das Herz angreifen. Ich probiere mal Flamm, Brüder. Nein, da füllt sie auf, okay. So. Nein, nein. Nein! Shit. Okay. Wow. Das ist ja voll gemein. So. Aber können wir jetzt immer das Herz angreifen? Es ist ja noch da. Ja, es ist noch da. Das ist gut. Mist, es füllt sie auf. Mist. Okay. Keine Feuer- oder Donnerattacken beim Herz. So. Dann den Schwung, Brüder, zum Herz. Du hast das Herz am rechten Fleck. Was? Ich dachte, das Herz ist links. Das ist so ein alter Flachwitz. Aber er ist immer noch gut. Aber eigentlich sollte ich in diesem Kampf echt keine Witze machen, weil dann kann ich mich schlecht konzentrieren. Dann probieren wir mal Sturm, Brüder, aufs Herz. Ah, ich habe vergessen, das kräft ihr noch nie hinterst. Mann, ich blamiere mich in diesem Kampf aber auch nur, oder? So. Ähm. Hacke, Brüder, aufs Herz. Und die ganze Luke Miller fliegt hoch. Cool. So. Naja. Man muss eben lernen, den Attacken auszuweichen. Ja, das bringt ja... Nein, das Herz ist weg. Nein. Dann hat es ja doch was gebracht. Okay. Was war jetzt die Donner? Das war die Hand, die die Donner eine Schwäche hat, oder? Nein, scheiße. Genau. Ich muss das aufhalten. Dann nehmen wir andersrum. So. Gut, eine Hand ist tot. Die Angeklänge greifen wir mit Donner an. So. Gut, beide Hände sind tot. Der Kopf ist noch da. Das ist aber auch ein brutales Spiel, oder? Ich meine, man zerstört Hände, Köpfe, Herzen. Okay, lieber keine Flammen attacken. Nein. Äh. Doch, Hacke, Brüder. Okay. Mist. Okay, nicht Hacke, Brüder. Das ist böse. Mist. Jetzt habe ich vergessen, dass man da wiederholt A drücken muss. Ah. Ja. Nein, zu früh. Shit. Okay. Ähm. Klatsch, Brüder. Mist. Aber der Kopf ist trotzdem tot. Wir haben unser Ziel erreicht. Okay. Wir müssen das Herz angreifen. Ja, das bringt ja viel Lockmiller. Shit. Diese Kugel. Ich hasse sie. So. Puh. Was machen wir? Hacke, Brüder aufs Herz. Mist. Zu spät. So. Ja, heil dich nur. Ach. Das bringt dir doch alles nichts. So, Donner. Nein, Donnerbrüder ist schlecht. Nein, Sturmbrüder auch. Shit. Schlagbrüder. Okay. Mist. Nein, diese Attacke. Okay, wir haben sie überlebt. Gott sei Dank. So, jetzt brauchen wir aber schnell ne Nuss. Oh mein Gott. Nein, das Herz hat sich wieder verzogen. Nein. So. Natürlich lege ich immer genau falsch. Ich merke mir das einfach nicht. So. Und tot. So. Aber jetzt. Stirb Hand. So. Gut. Ja, bringt dir viel. Dein Kopf ist auch gleich tot. Mist, falscher Knopf. Nein. Scheiße. So. Okay. Ist der Kopf tot? Nein. Dab. 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 Aber jetzt. Mist. Wieder zu spät. oder zu früh okay wenigstens der kopf ist tot und wir können das herz wieder angreifen so und back stirbt hände sterbt alle oh mein gott es ist krankfried ein geist von krankfried dass das hat mich jetzt echt überrascht dacke also man sieht sie liebte krankfried wie ihren eigenen sohn glaube ich halt das interpretiere ich mal so rein wenn ich das wort gerade richtig gesagt habe so schlack brüder misst